Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gute Mine im bösen Spiel anzunehmen bei leitender Minenarbeiter Tjok in der Tvagardesund. An dieser Position, hier bin ich, nehme die Quest gleich mal an und darf nun zwei NPCs finden. Den einen hat man schon gesehen. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder mich abonnieren, würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt, weil ihr mehr Leute das Video und den Kanal kennen, umso mehr könnt ihr auf eure Fragen antworten, falls ihr welche habt. Hier ist auch schon der zweite NPC. Beim ersten habe ich vergessen, die Map aufzumachen, aber hier mache ich sie auf. Steht hier in diesem kleinen Loch, sage ich mal, kleine Höhle. So, angesprochen, Sprechplätze angeklickt. Und nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Sprengstoffexpertin Prim in Tvagardesund an dieser Position. Ich laufe auch noch mal hinaus. Das Gebäude hier. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.